Hier unten rannte einer, wie von der Peranke gesprochen. Er boxt und springt. Bist du das? Ich weiß. Bist du das, Sittler hier mit dem Messer rumfuchtelt? Nee. Achso. Ich habe ein Messer im Band gehalten. Ich fuchtel dich. Oh, wir können gleich noch so kommen. Ja, das ist hässlich. Ja, das bist du. Hier werde ich helfen, ich muss kommen. Ja. So, naja, jetzt rufen wir einen Hubschrauber. Ja, wir gehen zu 1. So, von der 1 holen wir das ein. Und dann gehen wir zu dem anderen Währhaus. Aber hier und das Ding. Und dann holen wir das nächste und gehen bei Alpha 2 raus. Ja, ich bin gespannt. Lass uns auch. Ja. Ja. Ich bin das geil mit dem Hubschrauber, Alter. Was für ein Verkehr hier. Ein kommen und gehen. Aber so ist das eigentlich gar nicht übel, bevor du hier zum PvP kommst, kannst du dich erstmal gut aufrüsten und immer wenn du wahrscheinlich kein Zeug mehr hast, kannst Du kannst natürlich hier billig was besuchen, hast keine Ahnung, weil Skeps gibt es ja hier nicht, wie du spielen kannst Puffmaster eigentlich immer, irgendwo liegt eine Leise, wo die immer fährt Jaja, alle Kisten und Zeugs, wo liegt noch einer Warum nie du hier alle rum, oder? Du hast dich gut unter den Hubschrauber gestellt, das bestimmt So komm nicht, du loote da nicht schon wieder rum, du kriegst eh nichts Hier, ich seh dich schon wieder nicht mehr Ach da hinten Ja, weil du immer stehen bleibst und du nicht lootbar Ich hab drei Sekunden geguckt und wupp, da bist du 100 Meter weit weg, das ist übel Ja, ja So schnell rennst du gar nicht eigentlich Scheiß Fliege Scheiß Fliege Scheiß Fliege Du bleibst ja Ja Du bleibst ja Ja, das ist geil Selbst wenn du verwechst, gehst du dann wieder hin Genau Ist nicht so wie ein Tag auf, wo du mal beten musst, dass einer die Hütte aufgeschlossen hat Ja Das stimmt Ich glüh ja aus dem Nacken, geil Ja 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 Von Nacken fallen Da muss das irgendwo gewesen sein Genau, hier ist es. Oh. Das sind welche? Oh Gott, das wird doch getroffen, die fache alle machen, neben dem Auto vor allen Dingen. Fuck! Was? Hä? Niemals! Er hat sich noch nicht mehr umgedreht, da war ich schon tot. Was? Hör auf zu spinnen! Das ist von dir aber übeles Blutscheiße, Alter. Oh, Alter, ich muss, ich bin gleich wieder da. Ach Mann, ist das dumm. Hä? Ich schieße auf ihn, er hat sich noch nicht mehr umgedreht, da war ich schon tot. Was ist das? Manchmal ist es echt dumm. Ich bin gleich da. Läufst du da unten rum? Ja. Okay. Ich komme hier auf die Wand. Ah, ich höre es auch. Da liegt dein Wand. Ha! So. Hier auf dem Tisch liegt es. Wir hinken. Ah, das stinkt! Oh, ein Notepad. Ich muss gleich säfen hier, wo ist es? Ja, hier liegt der Wichser tot, Alter. Das dumme Schwein. Ja, aha. Hä, dieses Assi-Kind, Alter. Das ist doch übel, du, was, he? Das kann nicht wahr sein. Ach, das war einer. Das kann nicht wahr sein. Ach, das war einer. Ja. Ja. Leicht stärker. Meinst du? Ja, ja. Ich hab' die gehabt. Okay. Aber trotzdem musste ich erstmal die Bude finden. Das ist ja eigentlich was schwieriges. Ja, das stimmt. Erstmal durch keinen Sinn. Auf jeden Fall, ja. Ja. So, jetzt warte mal. Jetzt muss ich mal gucken. Ich bin vorhin gut hingekommen. So, dann gehen wir hier raus. Dann rechts rum. Nein, kommen wir hier schon rechts. Schließt du? Ja. Ja. Ja, eher weniger. Ja, wir werden uns jetzt ins Rücken gefallen sonst. Ja. Ist ja ja wirklich spannend. Ja, idiot. Entschuldigung. Entschuldigung. Es ist zwar nicht der Weg, den ich gekommen bin, aber… Entschuldigung. wobei liegen sie geil sie können sich das waffen aufheben ohne ende ok wir sind da was für ein trottel so hier drinnen läuft das ich selbst raschen gehört ach ihr ist nicht so es ist nicht so du hast ihn hingekriegt was es sich so angehört als hätte was auf dir eingeschlagen und ja es ist wie immer es kann ich mitnehmen ich habe einen großen Hochtag mit Höhe so nachladen zack so rein zack 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 ok einpacken so und ok essen und trinken noch immer hier drin ich brauche nichts ich habe nichts verbraucht ja minimal ist nicht viel ich habe hier ein Lungenproblem halt ja irgendwie das dumm ist so komm mal was ist denn das hier das ist doch nie von den das ist doch bravo ja Milli Vanilli da oben Junge was ist da oben guck dir die da oben an alter oh alter die Familie war stolz auf ihn die Hosen die Vieze groß ja der Hut auf sitzt schon windschief auf seinem übergroßen Kopf dann hier hinten raus ach das ist ja die Moschen drin sieht komisch aus ja wie so eine verschissene Toss ja das blöder Kerner das sieht doch keine Mosin aus oder eine lange Mosin ne aber die haben doch nicht so einen komischen dünn ja kenne ich auch schon und 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 da laufen sie doch komisch aus das ist doch ganz eigenartig dieses konstrukt blöden den die gren singen gut hetic und aber guck dass die mir immer so ein lungenpuffer geben bis dahin nicht so schnell aus der fuß da kann ich am atmen junger ist geld oder irgendwas egal was das für etwas war oder hast du nicht eine bandage jeder passt ist die weise geht dann geht es weg und wir ging das gelbe vorhin auch in der bandage weg es hat keine wunde oder so die blutet ja keine ahnung trotzdem funktioniert ravin wheels up for alpha 2 ravin reporting i'm on my way pga one minute hmm 30 seconds Mach Gang, Junge Da kommt der kleine Beckman Gleich zerquetscht du uns, waren wir genau in der Landing Sound liegen Vielleicht stehen wir auf, raus zu zahlen Es ist Angst Ja Ah, hier ist es Sorry Ready up, wir gehen auf Bis zum nächsten Mal.